Paluten hat vor einigen Tagen ein Video hochgeladen, in dem er auf seine beliebtesten Videos reagiert hat. Und eines davon war dieses hier. Und der zweite in den Kerker mit dir. Da dieses Spiel ganz lustig aussah, habe ich mir gedacht, stürzen wir uns einfach mal selbst in dieses Abenteuer. Also, Mörder, wir sehen hier, press space to charge a step at the right time. Der Sinn des Spiels ist also, dass wir einen Stab zur richtigen Zeit in den König stecken. Und quasi den König töten. Ich würde sagen, ich klicke jetzt einfach mal space. Und jetzt sehen wir, dass diese Person, das sind, denke ich, wir und das hier ist der König. Wir müssen den König aus irgendeinem Grund töten. Schönes Bild hier übrigens gerade. Das heißt, ich würde sagen, ich drücke jetzt einfach mal space. Hä? Sorry, aber das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich habe gerade space gedrückt und es kam nur ein Balken, der sich aufgeladen hat. Das geht doch nicht. Ich drücke jetzt direkt einfach mal space und halte es auch gedrückt, meine Damen und Herren. Das heißt, der dreht sich nicht um und bam. Ich bin der König. Und kann... Habe ich denn... Wow. Jetzt kommt ein anderer von hinten, oder was? That's what she said. Ich kann jetzt einfach space drücken und mich umdrehen und... Hä? 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 Muss ich dieses Spiel verstehen? Nein. Also wir sind eine gewisse Person... Was will... Was will... Soll ich... Muss... War das... Hä? Wieso kommen da denn immer andere Leute? Also diese Person, das habe ich ja vorhin schon mitgekriegt. Der will mich nur anstupsen und mir ein Glas Rotwein geben. Wow, es war vergiftet. Cool. Jetzt ist diese Person also der König. Ähm, wir sind allerdings immer noch der Charakter. Das heißt, ich warte jetzt erstmal, bis sich der jetzige König umdreht. Genau. Und jetzt halte ich ganz schnell space gedrückt. Er lädt das Messer auf. Er freut sich schon, meine Damen und Herren. Und jetzt machen wir... BAM! Ich bin König. Das ist mir Jacke wie Hose. Bei dem hier müssen wir uns jetzt umdrehen. Ähm, das heißt, er wird jetzt von den Wachen abgeführt. Er wird unten in das Verlies gesteckt. Jetzt kommt die nächste Person. Ich weiß nicht, ob der vergiftet ist oder nicht. Ich würde mal sagen, nein. Also, er bekommt jetzt den Wein. Äh, Dreh-off. Oh! Das ist doch nicht wahr, Digga. Wir halten hier wieder die Leertaste gedrückt. Bis zu dem Moment, wo er das Messer reinsteckt. Das heißt, stirbt man eigentlich direkt, wenn man ein Messer in den Rücken bekommt? Du musst mal selber nachdenken über deine dummen Frage. Hier ist wieder die nächste Person mit seinem komischen Beil da vorne. Das heißt, ich drehe mich jetzt um. Genau, er wird von den Wachen abgeführt. Wird ins Verlies gesteckt. Und jetzt traue ich dem Typen nicht mit seinem scheiß Rotwein. Du bist auch im scheiß Verlies jetzt. Bei diesem Typen, da bin ich mir auch nicht sicher. Weil er halt auch so ein scheiß Messer irgendwie in der Hand hält. Also, er wird auch nach unten geschleudert. Ähm, diese Person wollte uns... Äh, da haben wir noch gar nicht rausgefunden, was da passiert. Was? Was? Das war's. Das war's. Bestes Spiel, was ich je gespielt habe. Das war's jetzt hier vom Video. Das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwar andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Dann... Und dann... Vielen Dank.